Die Schüsse haben wir mit einem Tablet. Drei, vier. Aber wir haben immer schon den Außerrlstuch nach vorne. Am Anfang wussten wir den Rabe, den wir drauf hatten. Dann hat es die Möglichkeit, den an vier Schuhe aufgesattelt zu kriegen. Aber du hast das nicht so viel machen können wie mit dem, weil der noch hinten in den Zug gekommen ist. Das machen wir alles gleich. Das waren die auch ein paar Mal. Weil das Stütz nicht geklappt ist. Dann zieht er immer tiefer, immer tiefer. Dann hast du noch mehr zu schaffen gehabt. Gut, ist jetzt eh die letzte Reihe, die er jetzt zieht. Hans will ja noch mit seinem Bulldog. Dann kommt ja noch ein anderer mit dem Eisen Bulldog. Und du sollst ja dann auch noch mal nachher für die Leute. Ich weiß nicht mehr viel, jetzt bist du da unten. Da vorne habt ihr eine Fläche. Ja, das sollen wir aber nicht. Deswegen haben wir ja da die Abtreibung gesehen. Das macht ihr dann raus und runter und passt wieder dazu. Wenn ihr fertig seid, dann mögt ihr gleich. Ja, weiter geht. Ja, weiter geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020